so geil dass die trüe die lisa anspielt und die lisa eingespielt ja die lisa die trüe an als könnte man jetzt nicht aus dem zwinger raus nein muss man da zwischen dem zaun rum albern dieser kommt nicht so ganz mit ja lisa spielen da muss man dann auch mitmachen sonst heißt es bespielt werden da kommt die spaßpolizei das spielt jetzt vermutlich keiner mehr weiter die spaßpolizei ist wieder im dienst ist wieder auf streife ja jetzt ist natürlich keiner mehr keiner muckt sich mehr die olle ist da treten treten wo wird bitte nicht mein ohr lecken dass da wie ich nicht so bock drauf eine runde noch kalapati das schwingt die alte sich da echt auf die trüe oder was wahnsinn du darfst an meinem kaffee weg man muss hier überall augen haben hinten seitlich vorne ja sowieso ups was denn lisa ich hab's auf video aufgenommen eine kleine einlage hier hör mal leute bevor sie eskaliert noch dann war von meinem kaffee nicht getrunken feiner ruby und 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 ja manche kombinationen sind schon echt erstaunlich wäre man jetzt so auch nicht drauf gekommen dass die hier noch ein bisschen haben zusammen jetzt geht wieder der zaun der zaun als spielbegegnung jetzt ist das dann noch gleich weg und die trühe sowieso